So, willkommen zurück, wir sind leider bei dem anderen Spiel wieder mal rausgeschmissen worden, aber ich wollte eh das Spiel wechseln. Einer von euch Zuschauern hatte sich Tom of Madness gewünscht, ich probiere es mal aus, wir haben ja jetzt auch ein bisschen Guthaben, dann dachte ich mir, machen wir mal einen Abonnentenwunsch. So, ich starte auf einen Euro, bei 550 ist aber Schluss spätestens. Jonas, du kennst das Spiel, vielleicht kannst du schon mal ein bisschen was sagen dazu für mich. Jo, kann ich machen. Kennst du das denn auch, Christoph? Nein. Ah, okay. Na ja, also brauchen wir jetzt wieder Gewinnkombinationen und dann haben wir hier links ein Rad. Oh. So, wir hatten ja gerade einen Fehler, sind wieder rausgeflogen. So, jetzt geht es weiter und Yunis, du wolltest ein bisschen was erklären. Ja, also hier brauchen wir auch wieder Gewinnkombinationen und dann sieht man links halt schon oben, ja, so ein Rädchen, sag ich jetzt mal. Ja, und das müssen wir am besten vollkriegen, weil dann haben wir dann, genau, Bezeichnung weiß ich jetzt nicht, ich sag jetzt einfach mal Free Games, in dem Sinne. Ja. Vielleicht kann ich jetzt schon mal zurück. Was bedeutet dieses Viereck, was da rumwandert? Was da rumwandert? Ja, ich hab ja gesagt, der Kreis halt. Das ist ja kein Kreis, sondern ein Viereck. Was ist ein Viereck? Das ist doch ein Viereck jetzt, genau in der Mitte. Ach so, das, ähm, die Bedeutung, ähm, weiß ich jetzt gerade selber nicht, so oft spiele ich das Spiel nicht, ähm, ja, müssen wir dann mal schauen. Auf jeden Fall, wie gesagt, wenn wir das, äh, links halt da oben voll haben, dann haben wir halt sowas wie Fleischspieler halt. Und ist sowas ähnliches, naja, ich weiß nicht, ob man das damit vergleichen kann, aber wenn du dann quasi, ähm, ein kleines Bild abräumst innerhalb dieser Sprints, bekommst du halt so ein Riesen, ja, ich sag jetzt mal Krakel ins Bild, selbst was halt auch ein Colossal Wild ist. Fehlt so ein bisschen React-Tools, oder? Ja, sag ich ja. Ich weiß, wusste jetzt nicht, ob man das mit dem Spiel so vergleichen kann, weil es sind schon zwei, naja, ja doch, kann man eigentlich schon, ja. Also es wirkt schon sehr, sehr ähnlich. Ich meine, du musst ja bei React-Tools ja auch Reaktionen vollkriegen und, äh, von dem her, also es ist schon ungefähr dasselbe Spiel, kann man schon sagen, ja. Aber in der Regel kommst du halt mal öfter was rein, so, in dem Spiel. Alter Schwede. Ich war gerne immer drauf zu gucken, wie viel dieses ganze Zeug eigentlich gebracht hat. Die sind tatsächlich von den Spiel-Sounds und so und im Spielverlauf, wenn der da so ein bisschen raged, eigentlich ganz nice. Ja, das schon, ist angenehm. Die hätten sie aber auch schon wieder, äh, mal so ein bisschen, ähm, von den Sound-Werfen, äh, von den Wild-Werfen, da hätte man auf jeden Fall mal gemacht, wenn das hier bereits der Einzelnein klackt, da hätte man die müssen für die Warte die Seite dazuschen. Ich glaube, wenn der hier anfängt, Gewinne zu machen, brauchst du grad nicht weiterzuerzählen. Du wirst nämlich dann so leise, dass man dich kaum versteht. Am besten unterbrichst du kurz, bis es wieder ruhiger ist. Ja. Ja, wir sind halt keine Profis, ne? Wir müssen halt ja auch mal lernen. Ja, wir müssen uns auch erstmal an die Situation gewöhnen, ja. Aber es ist von chillig hier, einfach so bemühtlich zu spielen. Keiner, der hinter dir auf den Tasten rumkloppt, wie blöd das schon. Mittlerweile bin ich mir eigentlich schon fast sicher, dass ich dich in der Theorie auch durchaus mal alleine ans Werk lassen kann. Naja, aber es ist halt unterhaltsamer so, wenn man zusammenspielt und auch für die Leute, die hier zuschauen, denke ich, und sich dabei unterhält. Schon angenehmer, als wenn ich jetzt wie in der Spielhalle einfach nur davor sitze und die Bilder durchsetten lasse. Was man eventuell vielleicht mal machen könnte, ist irgendwie, dass wir irgendwie alles, alle drei zusammenspielen. Dass man sagt, jeder tut einen Betrag zusammen und jeder 50 Euro oder was, dass wir 150 Euro nehmen und dann spielen sozusagen. Zum Beispiel. Oder, dass wir jeder selber spielen, das irgendwie aufzeichnen und dann zusammenschneiden. So ein kleines, zum Beispiel, wie soll ich das erklären? Wer macht am meisten? Ja, aber da müssten wir uns auch beide mit OBS beschäftigen und so, also da gehört ein bisschen mehr zu, als wie einfach die Slot anzuschmeißen und zu zocken. Vor allem frage ich mich dann gerade, wie man das als Video machen soll, weil das Blöde, ja, wie müsste man das schneiden? Also gut, da müsste ich dann meinen Kumpel mal fragen. Der hatte ja damals bei Dio und mir, Jonas, hatte ja auch zwei Videos zusammengeschnitten als Battle. Du meinst das Champion Battle, ne? Ja. Das heißt, jeder müsste dauerhaft seine Spiele filmen und dann müsste man das dann irgendwie zusammenlegen. Also ich kann mal, ich rede mal mit Mel, ich frage ihn mal, ob man da was machen kann. Und wie das ablaufen müsste, dass er das gescheit zusammenfügen kann. Dass dann vielleicht die drei Spielfelder zu sehen sind. Und ich weiß ja nicht, ob wir dann jeder ein anderes Spiel oder ob wir alle drei die gleichen Spiele oder sowas machen müssen, damit man einen Vergleichswert hat. Oder ob man halt sagt, jeder hat halt die Summe und der erste, der die und die Summe erreicht und hat ihm sein Geld weg ist oder sowas in der Richtung. Ja, aber wie gesagt, wir müssten uns dann aber auch beide mit OBS noch beschäftigen und so, weil das halt wirklich viel geschnippelt ist und so, ne? Ja, du musst das erstmal alles einstellen, ja. Ich würde natürlich nicht helfen, aber es ist schon... Ich würde sagen, im Prinzip ist das eine coole Idee, aber es ist halt mit vielen Sachen verbunden. Wir müssen mal gucken, ob wir das irgendwie so gedeichselt kriegen und wenn nicht, so eine Bulle, die wir zusammenzocken können, ja, wäre ich prinzipiell ja auch nicht abgeneigt, so, ne? Kann man sich ja dann mal überlegen, wenn das gut ankommt. Da können die Leute sich ja mal irgendwie in den Kommentaren beratschlagen, ob das okay ist. Können die einfach mal Feedback raushauen oder so, ob ihr auf sowas Bock hättet. Mhm. Und dann kann man das vielleicht auch mal umsetzen. Wenn man es umsetzen kann, dann musst du schon mal mit mir reden, was da möglich ist. So, aber ich glaube, ich weiß nicht, aber spätestens 255 höre ich auch, dass das Spiel genug wird festen hier. Ja, tatsächlich hat er noch nicht einmal das Feature gegeben. Ähm, mute mich mal eben, ja? Jo, bis gleich. Was passiert denn jetzt gerade hier? Ach, das war's. Das sah jetzt so gut eigentlich irgendwie aus. Ne, leider nicht. Ja, wer pücht ist jetzt? Wann gehst du raus? Spätestens? Ja, bei 55 spätestens. Jo. Okay, ich kann die Liste ja auch schon ein bisschen verkleinern jetzt mal hier. Oh, das sah ich eigentlich ganz gut aus. Oh, ich bin wieder da. Und jetzt? Könnte ich jetzt mal reinkommen. Ja. Ja, okay. Du bist zur richtigen Zeit gekommen, ne? Ja. Und du hast leider nur vier Portaleffekte. Es geht, glaube ich, bis zu sieben oder so. Also, hättest du jetzt noch ne Gewinne kommt, die mehr gekriegt. Aber guck mal, du musst jetzt das ganze Bild abräumen, halt, wo da diese ganzen, ähm, Felder jetzt auch leuchten. Und wenn du das schauen, kommt halt die Krake. Oh, miss. Ja, was hast du geschafft? Ja. Ja. Was? Das war's. Da hat noch einer gefehlt. Ich hab's nicht gesehen. Okay. Es sah erst mal so aus, als hättest du es gehabt, aber scheinbar dann doch nicht. Ich hab nicht ganz durchgeblickt. Ging alles so schnell. Ja, ich hab auch gemerkt, dass ich gegen diese laute Melodie nicht ankomme. Naja, auf jeden Fall musst du halt diese ganzen Felder, die da quasi dann so aufgeleuchtet haben, voll kriegen. und dann kommt auch erst die Krake runter. Okay. Oh, jetzt noch mal ruhig hier. Also diese 14 Euro hat der jetzt schon wieder weggedreht, oder? Ist der Christoph schon wieder da, ja, ne? Ja, ich bin hier, du. Naja. Ich hab das aber auch nicht so ganz verstanden mit den Freispielen gerade, mit irgendwelchen leuchtenden Feldern. Ja, geht immer alles so schnell. Ja. Weißt du, im Grunde regen wir uns über die neue Regelung auf, aber dann geht's doch zu schnell, weißt du? Das ist richtig. Deswegen bin ich so ein Freund von Bücher, ne? Ganz einfach, simpel, weiß, was ich brauch. Ja, klicken Backsteine vor, vors Gesicht und Feierabend. Einmal die Breitseite. Ja, Bücher, Bücher sind schon cool, so. Ich mein, ne? Man ist im Endeffekt mit Bücherspielen in das Ganze hineingewachsen, also sind die ja auch fester Bestandteil, so, ne? Bei mir fing es mit Früchten an, aber noch auf den Mechanischen war es. Ja, das hat angefangen, da war ich mit meinen Jungs in der Kneipe unterwegs und da stand diese leuchtende Kiste. Ja. Man hat dann mal so sein Kleingeld, was man so zurückbekommen hat, quasi von der Kellnerin dann oder von der Barkieferin dann da reingeschmissen. Hat dann auch Freispiele auf 30 Cent gehabt, so. Und dann bin ich kurz auf Toilette runtergegangen und als ich wiederkam, hab ich da schon über 58 Euro draufgegeben. Ich war geschockt. So, ich hab mir gedacht, warum ist das Geld dann hier? Ist mein Geld runtergelaufen? Hat sich der Anlass hier drangestellt? Da mal kurz den Automaten beobachtet, ob sich jemand da vorstellt. Weil ich mir echt nicht sicher war, ob das jetzt mein Geld war oder nicht, ne? So, Letzter, dann machen wir was anderes. Müssen wir uns mal beratschlagen, jetzt was wir machen. Book of Dad. So, bis gleich. dann geht's. So, dann geht's. Vielen Dank.